Hier stellen wir euch jetzt kurz ein Spiel für alle Hüpfer vor, und zwar Tab the Frog. Das ist ein Spiel für 1-4 Spieler. Ihr solltet 6 Jahre alt sein und eine Runde kann auch schon nach 10 Minuten vorbei sein. Ziel des Spielers ist es, seine farbigen Kugeln auf hüpfender Weise in den Spielplan zu befördern. Dabei muss einmal der Tisch berührt werden. Wenn alle Kugeln ausgespielt sind, kann man nachschauen, wie viele Punkte man erreicht und derjenige, der die meisten Punkte erreicht, hat natürlich gewonnen. Ja, der Platz ist eher variabel. Ihr braucht nur den Karton in die Mitte zu stellen und je nachdem, wie erfahren oder wagemutig ihr seid, könnt ihr die Kugel natürlich auch von ein bisschen weiter entfernt reinhüpfen lassen. Ja, wie schon am Anfang gesagt, es ist ein relativ schnelles Spiel, sprich ihr braucht eigentlich nicht viel Zeit, es sei denn ihr wollt natürlich bis 100 Punkte, 200 Punkte spielen. Ja, leider ist das Spiel wohl so eigentlich nicht mehr erhältlich. Bei Amazon zum Beispiel kriegt man es nur für um die 7 Euro. Aber ansonsten kann man natürlich auch gerne mal auf dem Flohmarkt oder so vorbeischauen. Ja, leider ist das Spiel.